Ich wusste nichts von meinen Urgroßeltern. Ich wusste von denen gar nichts. Ich wusste nur, dass mein Vater mir immer gesagt hat, das waren ganz, ganz liebe Menschen. Das war alles, was ich wusste. Ich wusste den Namen, Josef Tratnik und Rosina Tratnik. Geborene weiß ich nicht, wie sie vorher hieß. Ich wusste gar nichts. Und das sieht man ihnen auch an. Man sieht das Foto und man sieht, das sind absolut liebevolle Menschen gewesen. Das sieht man. Und dann hat mir ein Verwandter, ja, ich weiß nicht nur, ob ich mit denen verwandt bin, weil ich hatte das Gefühl, also das war eine ganz komische Geschichte in dem Finnlandbuch, dass die anscheinend jemanden vielleicht adoptiert hatten oder dass meine Urgroßmutter vorher schon ein Kind hatte, wohlgemerkt unverheiratet offensichtlich, mit jemand anderem. Und der war aber dann irgendwie sowas wie der Cousin meines Vaters. Und dann habe ich ihn besucht. Und dann hat er mir scheinbar wirre Geschichten erzählt. Seine Tochter saß daneben und hat ihm zugehört, hat mich angeguckt und zugehört. Und dann ist er gestorben. Ungefähr zwei, drei Jahre später ist er gestorben. Ich habe nicht mal eine Nachricht bekommen, dass er gestorben ist. Und dann dachte ich mir, also hier, okay, da stimmt wirklich vorn und hinten was nicht. Und dann habe ich, irgendwann später, habe ich sie angeschrieben. Auch die Pfarrerin habe ich angeschrieben. Da habe ich gesagt, was soll das? Warum gebt ihr mir nicht mal Bescheid, dass er gestorben ist? Ich kann nicht mal mittrauern. Ja? Und dann haben sie wahrscheinlich Angst gehabt ums Erbe, denke ich einmal. Und dann habe ich gesagt, Vielen Dank.